das erste Mal das kann ich gerne 2.1.22 Liebter himmlischer Vater Most beloved heavenly father Ich danke dir für diesen wunderbaren Vortrag heute, der erste im neuen Jahr und heute habe ich die bittere Erkenntnis gewonnen dass wir viel mehr Verantwortung tragen müssen weil wir mit einem Propheten auf Erden hier zusammenleben wir können uns nicht mehr herausreden wir haben von der Wahrheit keine Ahnung gehabt wenn wir jetzt den Weg zu dir nicht einschlagen himmlischer Vater dann sind wir auch persönlich dafür verantwortlich das heißt, die Wahrheit zu hören ist nicht genug es reicht nicht jeden Sonntag um 10 hier zu erscheinen sondern wir sollten auch versuchen die anderen 6 Tage in der Woche deinen Willen zu erfüllen und uns geistig zu entwickeln uns glücklich zu schätzen dass wir in dieser kleinen Grube zusammenkommen ist für den Anfang ganz gut aber es ist nicht gut genug für unser ewiges geistiges Leben Ich wünsche und ich bete, dass jeder in unserer Gruppe erkennt Ich bete und ich bete, dass jeder in unserer Gruppe erkennt welchen Wert dieser Prophet auf Erden hat der kein gewöhnlicher Prophet ist er ist dein herzhemmlischer Vater und ich hoffe dass er auch zum Herzen all der Menschen wird Ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen und dass wir viele Menschen auf die Suche zu dir bewegen können Ich hoffe, jeder versteht dass es hier keine kollektive Belohnung gibt Jeder, der diese geistige Reise antritt Jeder, der diese geistige Reise antritt wird auch gemäß deiner eigenen Bemühungen belohnt werden Ich hoffe, dass ich als Beispiel und all die anderen in dieser Gruppe Ich hoffe, dass ich ein Beispiel für andere und für die Leute in dieser Gruppe Dass es etwas Wunderschönes ist deinem Ruf zu folgen Und deswegen bete ich, dass wir in diesem Jahr viele, viele weite Projekte für dich auf den Weg bringen Damit viele Menschen von dir hören und ihre eigene Liebesgeschichte zu dir vollenden und kann fulfill their own love relationship Ich bete diesen Namen der Heiligen der waren Eltern Dein Herzen bin dein Lieber Amen I pray this in the name of God's heart and in your name Amen 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 Vielen Dank.